Hallo, mein Name ist Meryem, ich arbeite im Altersleben Büro aus AGES und ich zeige dir heute meinen Alltag. Komm mal mit! In meiner Ausbildung AGES pflege ich Leute, sie unterstützen und mit ihnen Zeit verbringen. Wenn du die Lehre aus AGES anfasst, solltest du Freude an Arbeit haben, einfühlsam sein und Freude an Menschen haben. Am liebsten in meinem Beruf verbringe ich mit den Bewohnern Zeit, ihnen ein Lächel ins Gesicht zu zaubern und mit meinem Team zusammenzuarbeiten. Was ich finde es cool an unserem Betrieb ist, dass der Bahnhof so nahe ist, es ist ein Neuumbau und darum hat es eine helle Stimmung. Was ich finde es besonders an meiner Lehre ist, dass wir neben der Betreuung auch medizinische Sachen anschauen und auch lernen. In meinem Betrieb gefällt mir mega das Team, ich bin sehr gut aufgenommen worden, der Betrieb modern ist und das Verhältnis mit den Bewohnern. Wenn ich dein Interesse jetzt geweckt habe, kannst du doch gerne bei uns im Altersleben Büro bewerben. Wir freuen uns auf dich! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal.